Ladekringel des Todes Ich sehe meinen Shit gar nicht Jetzt So Ich drücke eine beliebige Kataste, ich glaube, das kriege ich hin Äh, delelelele Was sind denn Schadenswerte? Steht die Sichtbarkeit von Schadenswerten bei Uri und Feinden ein aus Wolltest du das mal ein? Ist ok, Steuerung Supersprung, Greifen Hä? Sag mal, was ist das auf der B-Taste? Was? Das ist die beste Übersetzung, die ich je gesehen habe Ah, ich sehe, da unten ist eine Zeile abgeschritten, das heißt Seelenverbindung Genauso wie auf der linken Seite steht Uri bewegen, das sind keine S, das sind E's Ich verstehe Zeilen verbinden, geistert Flange sprungen Ich spiele einfach Ähm, der Download hat nicht lange gedauert, ich glaube sieben Gigabyte waren es Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Holy shit, das Spiel ist Eye Candy, aber so richtig. Holy shit. Mein Gott, ist das Teil niedlich. Ja! Hüpf, hüpf, ich hab was. Nein, hier ist nix. Es gibt süße kleine Zeichnungen. Mein Gott, ist das süß. Wow. Hallo. Mein Gott, ist das gut. Wir spielen da drauf. Ah, ok. Wann? utilis Wann? 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 Hauptsache das Essen mitnehmen. Feier, Locate, Tore! Kann das spielen mal auf, wenn ich hab nur noch Gänsehaut? Sie ist wieder erschöchend worden. Okay. Du musst gerade mal durchatmen. Alter, das ist geil inszeniert. Ich bin der Schleuch. Ich spiele den Schleuch. Er war eine große Herausforderung. Ich bin der Schleuch. Unatischt! Oh nein, er gibt uns das letzte Erschneid. Oh nein, er ist das letzte Erschneid. Oh nein, er ist das letzte Erschneid. Wow, 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 was bewegt sich denn da? Oh nein, er ist das letzte Erschneid. Hey, hallo? Oh nein. 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 Pippi im Augenboot ist aktiviert, holy shit. Oh mein Gott, wie traurig ist das? Oh mein Gott, wie traurig ist das? Wie traurig ist das? Wie traurig ist das? Oh nein! Oh mein Gott, ich weiß grad nicht was ich sag, soll ich nicht? Holy shit! Oh mein Gott, wie krass man mit diesem Charakter mitleiden kann! Wie traurig ist das? 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 denn okay holy shit das war das krasseste opening was ich bisher in meinem gesamten leben gesehen habe ohne witz ich muss mal eben abgaben ich bin so ein bisschen feucht moment das habe ich nicht erwartet